Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, aber ich weiß gar nicht, dass ich bin so dankbar, dass ich eigentlich gar nicht die richtigen Worte finden kann. Ich bin einfach überwältigt und ich habe das auch noch alles gar nicht verarbeiten können in dieser kurzen Zeit. Ja, ich bin überwältigt. So viel Anteilnahme.